Hallo ihr Lieben, heute zeichne ich mit euch einen süßen kleinen Waschbär. Ich hoffe es geht euch allen gut, ich fange auch gleich mit dem Kopf. Ich hatte einfach Lust auf etwas Süßes, Knuffiges, weil es ja mittlerweile draußen auch recht kalt geworden ist und ich in letzter Zeit viel zu tun hatte, auch viele Sachen gezeichnet habe, die jetzt eher so Fahrzeuge waren und hatte mal wieder Lust auf irgendwas Knuffiges. Und jetzt mache ich das mit euch, also ich mache hier das Gesichtchen beim Waschbären und hier mache ich jetzt die Nase, dieser Knubbel. Und hier geht, da muss man jetzt aufpassen, also die Nase geht ein bisschen auch so hoch und hier geht so eine schöne Zeichnung hoch, an die wir uns später auch orientieren müssen. Dann zeichne ich hier ungefähr um sein Maul herum, zeichne ich auch schon mal diese Zeichnung, das ist so eine weiße Schnauze, die er da so hat. Also einigermaßen rund und hier drüber kommen auch schon diese knuffigen Augen. Und dann geht diese Zeichnung aber auch weiter rauf und endet hier ungefähr und dann haben wir hier auch mehrere so Schichten, das werden wir dann sehen, wie wir es genau machen. Dann haben wir hier nochmal weiße Augenbrauen oder so etwas in die Richtung und hier um die Augen herum wird es recht schwarz. Und hier ist, in der Regel hat er so Schnauzbarthaare, aber in weiß, also hier, es wird schwierig, das jetzt so in dieser, mit diesem braunen Stift das zu machen. Was ich mir jetzt überlegt habe, eben weil es so kalt ist draußen, mache ich so einen ganz knuffigen Bären, der euch einfach umarmen möchte, weil ich ganz glücklich bin. Es sind viele neue Abonnenten dazugekommen, vielen lieben Dank euch allen, ich begrüße euch ganz herzlich. Und ich möchte mich mit dieser kleinen knuffigen Waschbärumarmung auch bei allen anderen bedanken, die so fleißig kommentieren und liken, zuschauen. Auch Leute, die eben nie was schreiben oder auch Leute, die eventuell nicht angemeldet sind bei Google, um zu liken und zu kommentieren. Auch die gucken fleißig und da bin ich euch allen sehr, sehr dankbar für alles. Und von daher mache ich das jetzt heute so, dass ich euch so eine knuffige, flauschige Waschbärumarmung schicke. Also der Körper ist sehr, sehr flauschig, hat viel längere Haare als natürlich im Gesicht. Und er ist eher grau, von daher ist es für mich jetzt hier ganz leicht, einfach mal mit diesem graubraunen Stift. Das ist so ein, ja so ein braun, aber eher so ein abgeflachtes, oder wie sagt man dazu, also eher so ein stumpfes Braun, eher so graubraun. Und damit fühle ich mich hier wohl, weil beim Waschbären können wir das auch wunderbar, auch später, das ist sein Schwanz, hier können wir wunderbar, auch hier später, ihr seht, ich mache die Vorzeichnung total locker. Das kann man alles später ganz schön beenden und farbig umsetzen. Und dann, die Füße mache ich so, also fast unsichtbar hier, da sitzt der kleine Waschbär in seinem flauschigen Fell. So, aber ich möchte jetzt erstmal hier die Augen machen, ich hoffe ihr seht das richtig. Das sind einfach so, so, so süße Knopfaugen, mit einem Glanzpunkt hier. So, und auch in der Nase, haben wir hier auch diese Knopfnase, Knobbelnase. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich schwarz nehmen, aber ich möchte kein schwarz nehmen, sondern nehme ein dunkles Grau. Denn er hat hier solche Zeichnung und hier auch. Mir wurde neulich die Frage gestellt, es tut mir leid, dass ich sie nicht gleich beantwortet habe, es kamen danach auch viele Kommentare und ich finde sie nicht mehr. Also unter einem der Videos, ich weiß auch nicht unter welchem, welches Papier ich benutze am besten, oder welches Papier sollte man am besten benutzen für Buntstifte. Und ich habe, ja, also ich habe in diesem Fall hier nicht unbedingt das beste Papier für Buntstifte. Und ich würde, und da es nicht das Beste ist, aber man trotzdem ganz gut zeichnen kann darauf, würde ich das Papier, also meine Empfehlung für das Papier, nicht so begrenzen. Das Beste ist, man hat ein Papier, das nicht zu dünn ist, also so ein ganz normales A4-Blatt, so schulisches A4-Blatt ist leider zu dünn einfach dafür. Am besten solltet ihr dickeres Papier nehmen, also ich habe hier Restposten einfach, daher kann ich das schlecht empfehlen, ich nehme Aquarellpapier und mein Aquarellpapier ist relativ teuer, da ich meine Illustrationen darauf mache. Und von daher will ich es euch auch gar nicht empfehlen, denn das ist ja auch nicht das richtige Papier für Buntstifte. Am besten, ihr schaut euch im Künstlermarkt um, dickeres Papier, also ich würde eins nehmen ab 200 Gramm aufwärts, mag ich am liebsten, aber es würde vielleicht auch so 150 Gramm dicke, das ist die Dicke des Papiers. Relativ glatt, ich würde es relativ glatt nehmen, meint sie ist nicht so glatt, wie es optimal wäre. Und nicht beschichtet, also Möglichkeit nicht jetzt glänzend, das wollte ich sagen, beschichtet kann es sein, unter Umständen, wobei ich glaube, das auch nicht. Aber auf keinen Fall glänzend, auf glänzendem Papier malt man nicht so gut mit Buntstiften, also das ist eher so vielleicht Druckerpapier, ihr kennt ja dieses Fotopapier für den Drucker, sowas geht gar nicht. Wenn ihr aber einfach dickeren Karton nehmt, oder dickeres Aquarellpapier, möglichst glatt, aber nicht glänzend, dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn es das günstiger gibt, das Papier, klar. Dann kauft euch einfach so Skizzenpapier, gibt es auch, schönes Skizzenpapier, aber eben für Buntstifte. Ich hatte früher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also in München gab es einen Laden, er hieß Schörgers Papierkiste, ich war schon seit Ewigkeit nicht mehr dort, ich bin meistens beim Kaut-Pullinger, oder ich bestelle meine Sachen beim Bösner. Könnt ihr alles eigentlich googeln. Und also bei Schörgers Papierkiste gab es den blauen Block, das war so ein Block ohne Schrift drauf, nur mit einem hellblauen Cover, also vorderen Papier, und innen war der Block, also wirklich, da waren nur weiße, schöne weiße Blätter, die auch recht, jetzt muss ich mich eben kurz konzentrieren, recht dick waren, trotzdem aber auch recht glatt waren, und darauf habe ich sehr gern mit Buntstiften gezeichnet, ich komme aber nicht mehr hin, so oft, also wie gesagt, ich kaufe meine Sachen beim Bösner oder beim Kaut-Pullinger, und da gibt es diesen blauen Block nicht. Ich zeichne hier auf Restposten. Also ich bin recht sparsam in dieser Hinsicht, ich kaufe teures Papier für meine Arbeit, schneide mir das zu, nutze das, kaufe aber für YouTube extra kein neues Papier, sondern versuche, entweder auf ganz simplem A4-Papier zu zeichnen, oder eben auf meinen Restposten, die ich nicht verwerten kann. Die Illustrationen haben ein besonderes Format, und den Rest kann ich eigentlich nicht mehr benutzen, von daher ist auch YouTube für mich wirklich so eine Restpostenverwertung. Ich kaufe auch keine extra Stifte für YouTube, sondern benutze meine, die ich nicht mehr so oft brauche, beziehungsweise auch billigere. Und ich finde es, ich hoffe, das versteht ihr auch richtig, ich finde, zeichnen zu können, ist nicht primär, gutes Material zu haben. Und vielleicht kann ich das euch so ein bisschen hier zeigen, mein Vater hat mir früher eine ganz tolle Geschichte erzählt. Er wurde auch an der Kunstakademie aufgenommen, und er hatte aber kein Geld, und für die Aufnahmeprüfung mussten sie Blumen zeichnen. Also jeder musste Blumen mitbringen, einen Blumenstrauß, und das ab, also möglichst realistisch abzeichnen. Und mein Vater hatte überhaupt kein Geld, also überhaupt, er hatte kein Geld für, er hatte auch nicht besonders schöne Farben, auch keine besonders schönen Stifte, aber er konnte zeichnen, und er wollte unbedingt zeichnen. Und dann hat er einfach eine Blume aus dem Garten, so eine wilde Blume, gepflückt, und ist zur Prüfung hingegangen, und dort hat er gesehen, dass die anderen Kinder die wunderschönsten Blumensträuße hatten, wirklich aus dem, also vom Gärtner, beziehungsweise vom Blumenladen gekauft, und da hat er sich richtig Sorgen gemacht, dass er mit seiner Feldblume, ich weiß nicht mal, was sie für eine hatte, ob es ein Löwenzahn war, oder so eine Feldmargerite, ich weiß es nicht mehr. Und er hat sich richtig Gedanken gemacht, ob er das überhaupt schafft, mit dieser Blume, und trotzdem hat er die Blume so schön gezeichnet, mit seinen Stiften, und bescheidenen Stiften mit seiner Feldblume, dass er aufgenommen worden ist, an dieser, an der Kunstakademie, damals in Sofia. Und diese Geschichte hat mich persönlich auch sehr geprägt, und ich weiß, dass man auch zeichnen lernen kann, ohne die teuersten Materialien zu haben. Natürlich ist es besser. Natürlich ist es nicht schön, mit einem furchtbar billigen Pinsel, der wie ein Besen ist, also die Haare künstlich, aus Kunststoff, irgendwie versuchen, ein schönes Bild, oder feine Schattierungen zu zeichnen, das ist klar. Da sollte man schon drauf achten. Aber es ist nicht unbedingt so, dass ein Künstler deshalb ein Künstler ist, weil er teures Material benutzt. Oder ich sage jetzt nicht Künstler, sondern ein guter Zeichner. Denn Kunst ist wiederum ein ganz anderer Begriff. vor allem, also ich zeige hier, wie man zeichnet, und ich zeige nicht unbedingt Kunst. Von daher, ich finde es sehr schön, wenn ihr mir Fragen stellt, ich erzähle auch gerne, aber ich kann euch keine explizite Empfehlungen geben für Material. Nehmt dies oder nehmt das, weil letztendlich macht es jeder, wie er meint, und ich mache es auch, wie ich meine. Also ich nehme nicht immer das Gleiche. Ich wechsle. Mal ist es besser, mal ist es schlechter. Mal ist das Schlechtere besser, mal ist das Bessere schlechter. Das geht nämlich auch, je nachdem, was man genau machen möchte. Und jetzt versuche ich hier unseren kleinen Waschbären, also ich habe jetzt hier diesen grauen Stift, versuche ich jetzt möglichst flauschig zu machen. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte, dass ihr euch umarmt, so ein bisschen schüchtern, aber immerhin versucht ihr euch zu umarmen, weil ihr so treue, liebe Zuschauer seid. Mein Waschbär. Ja und ansonsten, was ich euch sonst so sagen möchte, ist auch danke für all die Kommentare, was eure Wünsche betrifft, also was ihr euch so wünscht, dass ich zeichne. Ich lese sie auch und ich habe auch vor, sie alle irgendwann umzusetzen. Es ist nur so, dass ich muss mich glaube ich wiederholen, ich momentan nicht viel Zeit habe und wenn ich wenig Zeit habe, bedeutet es, dass ich eigentlich sowieso viele Aufträge erledige, das heißt, ich zeichne Dinge, die sich jemand wünscht, was toll ist, aber manchmal brauche ich für meinen Kopf, also für mein zeichnerisches Wohlbefinden etwas, was ich gerade zeichnen möchte, worauf ich gerade Lust habe. Und wenn ich Lust habe auf einen Waschbären, dann muss ich den und ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt, manchmal muss man einfach etwas zeichnen, damit man sich wieder gut fühlt. Und man möchte nicht etwas zeichnen, was zum Beispiel jemand anders gerade möchte oder einen anderen Wunsch. Das spare ich mir auf, ich freue mich sogar darauf, ich denke mir, da habe ich wieder was zu tun, da kann ich mir wieder, da ist ein Wunsch von euch, da kann ich mich aber ich mache das nicht jetzt gleich sofort, sondern mache manchmal zuerst das, was ich unbedingt jetzt einfach zeichnerisch machen möchte und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Witzigerweise ist es, also manchmal, wenn so ein Wunsch kommt, kannst du bitte dies und das zeichnen, bin ich oft total überrascht, dass gerade sowas kommt, dass jemand sich so etwas wünscht, oft sind das ganz besondere Tiere, die weder irgendwie bei uns im Wald sind, noch in Europa, also oft sind es Tiere, die ganz woanders leben und das finde ich auch sehr interessant, was da für Wünsche kommen und ich muss mich sowieso erst mal vorbereiten, ich muss wirklich ganz ehrlich muss ich erst mal googeln, was ist das überhaupt, was ist das für ein Tier, wie sieht das eigentlich aus, aha, von daher dauert es vielleicht hier und da so ein bisschen, bis ich euch zeige, bis ich eure Wünsche erfülle, aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn so etwas kommt, also irgendwie zeichne ich diesen Waschbären jetzt nur mit drei Farben vier und das hatte ich jetzt so nicht vor aber es sieht so aus als ob man beim Waschbären jetzt nicht unbedingt die ganze Farbpalette braucht also ihr seht diesen Waschbären Schwanz den mache ich auch ganz ganz leicht so kritzi kratzi seht ihr alles ja hier ist immer noch drauf und ansonsten flauschig 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 und mehr muss man da auch gar nicht machen man sieht schon alles ich finde bei so flauschigen Tieren ist es sowieso nicht so wichtig die Vorzeichnung super genau zu zeichnen ich glaube sowas hilft euch auch gut wenn ihr einfach seht dass man den charakter eines tieres auch nicht unbedingt mit einer super genauen Vorzeichnung machen muss sondern auch mal so ganz locker flockig tut mir leid jetzt klingelt das Telefon ihr hört es aber ich kann jetzt nicht rangehen ich gehe gleich ran sobald ich hier fertig bin also die Händchen haben wir sowieso schon wie ihr seht so diese flauschigen und jetzt gehe ich so ganz ganz locker leicht so ein bisschen rein in dieses flauschige und hier auch und danach gehe ich auch mit dem schwarzen Stift hier rein das Telefon hat aufgehört also ich weiß nicht wie es euch geht aber bei uns rufen zurzeit lauter solche Firmen an die uns irgendwas verkaufen wollen ganz viele und oft ist es so dass die gar nicht lange klingeln sondern schnell schnell aufhören und daran erkenne ich es wenn es wichtig wäre würde diese jemand auf dem Anruf Beantworter sprechen und wenn es nicht firma ist dann legen die selber auf So ihr lieben wir neigen uns dem Ende zu und ich hoffe wenn es euch gefällt dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben ich zähle sie immer schön ab und freue mich über jeden einzelnen und wünsche euch eine super schöne knuffig flauschige November Zeit ich melde mich mal wieder mit einem Video ganz bald so das ist mein Waschbär bis bald eure Deni Tschüss